Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge ARK. Oh ja, warte, das kann ich auch. Ja, ich kann's noch. Wir haben uns neu eingekleidet, beziehungsweise neu eingefärbt. Ihr seht rechts Iron Man und links, ich hab keine Ahnung, was ich darstellen soll, aber ich fand die Farbe cool. Powerpuff Girl. Power was? Powerpuff Girl. Ja, von wegen. Nein, das ist gemein. Ich sag zu dir Iron Man. Ich bin so nett zu dir. Okay, wir wollen, wir sind jetzt Level 70 und plus irgendwie was, keine Ahnung. Ja, ich bin wieder 70. Genau, er hat ja langsam jetzt mal seine Punkte vergeben, das hat lange gedauert. Und wir können jetzt doch den Pronto-Sattel, Pronto, können wir jetzt, genau, herstellen. Genau, ich hab den jetzt gelernt, weil ich hab ja jetzt jede Menge Engram-Punkte. Und, ja, Entschuldigung. Ich hab den jetzt schon mal vorbereitet. Ich hab alles Material schon in den Smithy rein, dann stellen wir den jetzt her, bauen da was drauf und machen eine mobile Zementpasten-Herstellbasis, wie auch mal gewöhnt. So, da ist er, er braucht 550 Leder, wir haben nur 4714 im Smithy. Er braucht 325 Fiber, da haben wir nur 728 drin. Er braucht 90 Metall, das ist schon, das tut schon relativ weh. Die 125 Perlen ist eigentlich auch schon grenzwertig. Ähm. Und 45 Zementpast, das geht sogar noch, also eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass er, keine Ahnung, zwei Polymer braucht oder sowas, aber es geht eigentlich noch. Also jetzt hier. Uh, es dauert auf jeden Fall lange, den herzustellen. Ich will auch ein. Wie, auch ein? Ich will auch ein. Wie, auch ein? Es reicht doch einer. Okay. Der andere Pronto hatte schon einen Sattel. Na. So, jetzt haben wir den. Jetzt, äh, können wir genau das ganze Chitin noch mitnehmen vielleicht. Das muss nämlich nachher entdingen. Ich hab mir jetzt, ich hab mir jetzt extra mal ein paar, Entschuldigung, ein paar mehr Punkte auf Gewicht gegeben. Und nochmal auf Health. Ich hab mir die von Food und von Water weggelassen. Luft hab ich mir jetzt auch noch nicht so viel gegeben. Ich hab aber auch noch, glaub ich, 4 oder 5, nee, 4 Punkte müsste ich noch zur Vergabe haben. Dann guck ich mal, wo ich die rein investiere. Wo ich die halt als nächstes brauch. Aber mit dem Gewicht ist schon geil. Man kann viel herstellen, man kann viel sammeln und dann, ähm, muss man nicht immer schnell, äh, irgendwie ein Tier haben oder das halt irgendwie schnell in den Schrank packen und so weiter und so fort. Ich bin gestiegen. Level 72. Ja, Level 72. Cool. Ja. So weiter. Danke. Vollgewürdig, vollgewürdig, das gibt's halt. Was hast du dir gegeben? Gewicht. Wie viel gebe ich das jetzt? 190. Stopp. 200. 200. 200. Boah, du miese kleine. Achso, halt, ich wollte gucken, ob man den Sattel einfärben kann. Mal gucken, ob man den einfärben kann. So eine schöne pink Plattform oder so. wir haben jetzt neue farben ja aber das ist doch ein junge das kannst du doch nicht machen also nicht dass jungs nicht pink tragen dürfen sie könnt anziehen was ihr wollt aber manchen steht zum manchen steht soll das los die plattform sieht man beim einfärben nicht er sieht man beim t-rex-zattel auch nicht der spinnt noch ein bisschen der packt noch ab und zu ein bisschen also ja man kann zwar ganz einfärben die frage ist kann man den zattel wegnehmen wenn da was drauf gebaut ist glaube ich nicht glaube ich nehme ich auch nicht das heißt wenn wir einfärben wollten das muss jetzt machen oder du kannst ihn nicht anspringen mit der komischen pistole das könnte auch funktionieren und ich wollte nur mal gucken ob es generell geht also generell geht es hallo dann bauen wir jetzt rufen bis wir die scheiden farben festgelegt haben ist die ja das ist also das dauert bei mir extrem lange extrem muss ich einfach nur e drücken nämlich da drauf genau dann könnt ihr jetzt noch reiten wir kommen hier wieder weg die drücken okay dann bist du jetzt hier drauf so ich will das jetzt was schönern es gibt jetzt hier kann man auch nur bestimmt viele elemente drauf bauen ich glaube 50 oder so und mehr nicht also wenn man wenn man jetzt quasi weiß egal wie viel schränke hinpackt und sonst noch was dann ist irgendwann sense und wenn man hier runter springt dann stirbt man halber kannst das machen wie fred feuerstein kannst hier so den den ding runter wie dann sagt so du stellst jetzt die selbst dazu zwei die fackeln bitte her genau die fackeln habe ich schon hergestellt die tue ich mir mal auf den slot hier unten machen wir hier schön bewegt sich so einmal das was jetzt so das machen wir jetzt so königlich so ein bisschen und ja toll es geht auch nachrücken können so fünf so 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 hast du holz nee das ist im schrank oder spark powder irgendwas nein was er brennt nein spark powder zu kostbar ja ja ich bin gerade beschäftigt mit sage ich nicht das ist überraschung okay ich baue jetzt noch die schränke hin die bau ich hinten irgendwie an rücken dran oder mach was du willst ich bin beschäftigt so fünf quatsch fünf so darf ich jetzt mal das ganze chitin rein weil das wären wir jetzt währenddessen nicht gut fahren können aber stein damit man stein nicht immer nach hause bringen muss ähm wollen wir jetzt hier diese mobile basis bauen mit der man chitin dann äh mit der man cementpaste herstellen das heißt den hier muss ich auch noch platzieren Motor und Pestel machen wir am besten gleich hier einfach so da dran so ähm ich würde sagen ich mache noch einen Motor und Pestel so erstmal Zwischenstation boah selbst das tut weh was ach so ok hm ich hab's schon gesehen ich hole jetzt noch schnell Holz und äh mach nochmal einen Motor und Pestel dann können wir da währenddessen gleich zwei oder drei vier mal das ähm Cementpaste laufen lassen so erreichen so ähm na ich hab irgendwo ein Froschmelz Entschuldigung so und dann hier nochmal 100 Steine das ist natürlich das ist das was ich meine ich kann jetzt 300 Steine rein machen und bin noch nicht voll 1 das Problem ist halt die die Tiere die dich halt ähm tragen klar die müssen natürlich aushalten aber ich meine jetzt in dem Fall wenn du was sammelst also Holz und Setsch und dann irgendwas herstellst zum Beispiel wir haben es jetzt gemerkt bei dieser ähm bei dieser Zweitbasis die mir damals äh provisorisch auf Setsch aufgebaut haben ähm da da kannst du ja dann halt gleich weiß was weiß ich 20 30 Wände rein nehmen und bist noch nicht voll mops ich hab ich mir so fast grad umgebracht alter Schwede wen hättest du fast umgebracht mich wie das weil du zu oft runter gesprungen bist und dass du nicht merkst hast ich bin runter gesprungen aber das war das war echt heftig kann ich raus kommen oder sehe ich dann was ja kann hier noch zeigen ich habe jetzt übrigens wie ange wie angekündigt mein Vogel umeinand in Sophie und ähm vielen dank dafür nochmal das ist das dauert aber jetzt noch ein bisschen bis ich das alles ähm ja super dann guck ich mal kurz hier auf die Trögel voll sind äh die die ähm da müsste mal noch ein bisschen Exkremente rein ich kann mal nach Eiern gucken ganz im Ernst ich geh hier dauernd drauf von wegen aufm Schwanz springen und dann nach unten das funktioniert nicht so ach du meinst mit drauf geh du kriegst ähm Falschaden ich bin gleich tot die Raptoren legen sehr viele Eier aber jetzt momentan haben sie keine aber hier findet man eigentlich fast immer ein Ei da ist offen Dillo Eier sind sowas von selten Dillo Ei voll selten voll selten ist aber wirklich so das war jetzt für die Kamera Dodos die legen ganz viele Eier aber die sind ja eher zum Eierlegen gemacht wir müssen zumindest mal mit dem entsprechenden Tier vergleicht was es auch wirklich gibt hat er gerade einen eingelegt ach meine lalalalalala alles gut du könntest du könntest mal Helme mitbringen ich brauche ich brauche einen Lederhelm und ich brauche ein mhm was bringe ich noch also äh wir richten mal noch kurz was her und sehen uns gleich genau bis gleich willkommen zurück das haben wir jetzt äh ja meine Affenarmee wir haben die Schränke nochmal anders angestellt damit da hinten mehr Mordel und Pestel hin passen ne vor allem weil die direkt bei den äh bei den äh ähm Fackeln hier standen und das dann vielleicht ein bisschen blöd aussieht oder halt auch nicht so gut äh wirkt und ich habe ein bisschen übertrieben mit meiner Affenarmee ich weiß aber ich wollte einen von jeder Farbe haben nur mal schauen ja und den kleinen kann man auch wieder aussetzen und zwar ähm ja ist egal ob jetzt äh Fiber, Leder, ähm Skins können sie auch tragen da sind die beiden Totenkopfdinger ähm oder Metalldinger funktioniert alles Bergarbeiterhelm und der Schittinenhelm jeder hat einen Helm naja nicht jeder aber ja also alle Helme sind vertreten genau okay dann ähm ja müssen wir mit ihm jetzt losreiten und sammeln dann unterwegs noch die äh Dothikarus ein und dann äh jetzt ans ans Farm also machen wir mal hier zack 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 ich sehe jetzt schon die Plattform ist nachher voller scheiße von dem Affen und los geht's biep 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 oh mein Gott es bewegt sich äh aufpassen dass es einfach runterfällt äh naja die fallen nämlich ja oh mein Gott und der läuft dann noch schneller wir haben einen verloren echt? keine Ahnung waren noch 12 oder? weil ich kann nicht zählen ich weiß nicht ich hab nicht gezählt guck halt mal auf jeden Fall ist ne alles super alles super den einen ich glaub die wackeln hinten achso den einen hab ich auf der Schulter das ist so wie mein Mitzel mit der Brille oder so wenn du die sucht wollen die auf deinem Kopf ist ja ja ist gut irgendwie die hopsen das sieht voll geil aus Tür auf Tür auf aber schon ein bisschen das Problem ist dass wir jetzt halt die achso das liegt vielleicht da dran okay jetzt ich springe voll hoch ja endlich müssten wir hier so ein Sicherheitsgeländer hinbauen so ich muss das mal kurz runter und zack noch die Hälfte des Lebens das zieht schon einige Sachen ja dann müssen wir noch eine Leiter hinbauen achso ja du Digerus äh da muss mal gucken der ist Roni den nehmen wir mal der ist Level 80 das heißt ähm du wanderst jetzt nicht mehr rum die Sable Wandering zack du kommst mit äh welchen willst du denn nehmen? mhm mhm keine Ahnung weil den äh den Brontog und Littlefoot können wir uns folgen lassen ja ja ich muss jetzt erstmal uah 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 ja halb hier sonst alles gut ähm da vorne schrennen auch noch zwei rum ich schnapp mir davon ein okay so wiii so weil dann kann nämlich der Bronto auch schneller rennen hier sind keine Vögel in der Nähe oder? die gehen nicht auf die Affen oder? äh wenn da Vögel wären würden sie wahrscheinlich auf den Affen gehen toll warum sagst du nicht einfach nur nein? nein jetzt ist es schon zu spät so jetzt gucken wir mal wie das funktioniert zack 80 80 80 stein auf hier rauf bist du süß 80 stein ja meiner hat 100 200 300 314 stein drin 3 3 4 so da passt nämlich da passt ihm zum Mordor und Pestel passt auch genau so viel rein dass man wenn man jetzt hier alles noch mit Steinen voll machen würde ähm man genau 100 Zementpaste herstellen kann das haben wir meist mal ein bisschen ja unten rennt noch einer rum mit Steine Hilfe es bewegt sich oh mein Gott kannst du noch eine Leiter anbauen damit ich nicht in Dauern sterbe wenn ich hier runtergehe äh ja im Moment muss ich muss ich eben lernen ich habe aber nur noch 1406 Punkte zu vergeben ohhhh ja ich weiß nicht ob du das dann lernen kannst keine Ahnung wird knapp ja wo ist denn überhaupt die Holzleiter bin ich blind? ich brauche Fleisch hast du was zu essen dabei? ja wollte ich dir ja noch geben da leider so wo bist du? ja Dankeschön das ist aber nicht für dich weil durch das ganze runterfallen und totgehen äh da braucht ja extrem viel Essen um sich wieder aufzufüllen ja alter dieses hin und her wackeln ist nichts für mich ich will hier runter ich bin gefangen toll so mal gucken ob ich hier auch ein bisschen Holz und äh Ding bekommen und äh thatch dann kann ich das müssen die eigentlich auch sammeln ne? ja genau wie die Namen so springen, die springen mal so rechts, links, rechts, links haha wie das sieht so aus sooo zack Steine ich muss jetzt erstmal meinen Doodigris einfahren na sammeln wir mal ein paar Steine hat der schon fleißig gemacht so der rennt aber in dauernd von mir weg jetzt bitte mal stehen 100 243 18 Holz 125 thatch das brauchen diese Leiter brauche ich schon noch Fiber bitten? naja ja klar ha ha hast du ne Sichel dabei? ne hab ich nicht ne hab ich nicht aber ich hab jetzt gefunden Fiber für zwei Leitern weil es von daher so so wir müssen nur gucken wie man die da dran bringt wahrscheinlich von oben keine Ahnung so machen wir einfach mal hier ähm Leiter auf die 5 Leiterwagen, Leiterwagen 5 und jetzt baust dran wie gehts dran? dran bauen aber wahrscheinlich muss man da erstmal ähm äh Fundament dran machen kann das sein? hab ich kann ich ähm Thatch Fundament äh noch? Thatch Decke ne gut 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 da was fehlt mir Fiber war ja klar ne zack ich bin so langsam Fiber jetzt müsste ich genug haben äh ne Fiber fehlt mir noch so jetzt äh zack auf komm Gott spring in den Tod los stopp 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 ich will hier hoch ich will wissen wie der da hoch kommt äh ja so war es nicht geplant kriege ich die von hier oben dran man kann hier auch ein bett hin bauen flagge aber kein geschütz ja nur die leiter noch ein bisschen verlängern ja ja das ist leichter gesagt das getan weil mir oh meine mausakku ist leer das ist natürlich super yeah ich habe mich vorbereitet ho ho ja so dann ich bin äh halb mehr als halb tot ja läuft ja alles irgendwie grad ganz super gell ja natürlich dafür haben wir steine jede menge steine liegen hier rum sammelst du grad noch ja ich habe auch schon äh fast zwei model pestle dinge voll das problem ist wenn ich jetzt nochmal runterfalle wäre halt ein bisschen arg blöd gell arg arg blöd naja also man fällt hier schon mal wenigstens nicht ganz so tief wie oh ich habe ne idee jetzt kommt's mach doch den Fallschirm das problem ist mit dem Fallschirm ah ne scheiße hier komme ich gar nicht rum immer wenn du abspringst machst du den Fallschirm auf ach ach nicht gut wenn es sich hat sich gesehen ich habe mich einfach hier so dran und dann nicht zu tun und dann habe ich da hier so und dann natürlich ja umso auf jeden Fall wird es schon so gut das müssen wir ja kommen zu weiters dann kommen wir die Fackeln gut zur Geltung erweiligt weil jetzt habe ich die Leiter hingebaut das mache ich springe runter mit fast tot ja das ist nicht in der Übung nee geht es nicht okay so danke die Leiter runtergegangen und jetzt bin ich runtergefallen weil er sich bewegt hat ja das ist halt Pech aha ist der schon wieder voll ach es ist deiner nein meiner Speller das haben wir auch alle weil weil ich noch voll bin glaube ich selbst nicht sogar zu schwer ich steppe die Steine nicht weg okay jetzt haben wir aber hier alle Steine abgeerntet wo hast du die Steine hin? da da wo wir ganz die da wo w so 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 das so sie müssen ja noch und noch mal ein bisschen länger noch eins länger ja ich suche es haben wir schon also ein bisschen gleich zwei länger also es wird schon heute habe ich noch in dem kleinen drinnen welchen holz habe ich selber noch ich brauche aber noch nicht zu wo habe ich genug für zwei ich bin so langsam was brauchst du jetzt noch also der eine ist komplett voller stein ja dann gib ihm wohin wie wohin herstellen dann mache ich 490 dann kann ich den hier nämlich schon mal die steine rein auch wohl das ja auch schon voll fast naja hab ich doch gesagt dann macht da mal noch 400 chitin rein dann machen wir den hier noch voll und dann hat man wenn man jetzt einmal wenn man jetzt einmal alle voll laufen lässt 300 zement fast ja auch gut doch da geht es aber dann ist die jahre ja aber so können wir gleich das stein verschaffen und müssen nicht erst wieder zur umdienst ums Rennen und dann wird dahin Rennen und dann wird es anderen jetzt wird es dunkel wird es dunkel ich weiß gar nicht ob er zu glauben wir haben ich bin gerade bei ich bin gerade bei sag mal wenn die dran ist ich sehe ich sehe nichts warte mal ich muss erstmal ich gehe mit Bella schon mal zurück nicht bewegen oh Gott der bringt mich um was warum was los du musst weiterlaufen der steht jetzt in mir drinnen irgendwie ist der aber auch gerade voll ach so natürlich klar wenn jetzt natürlich die steine oben drauf sind alle dann wird er natürlich schwer das hat sich entsprechend ein bisschen blöd aber auch geil er kriegt erfahrung von dem von dem herstellen von schitteln schitteln oh mein gott das ist natürlich cool ne das heißt hier hast du gleich zwei vorteile auf einmal ein lilanes licht was tut es so du kannst jetzt wieder rumwandern gehen danke kann man da nicht wenn ich da hier runter gehe molly hallo hallo hast du auch schon was gesammelt ja fein 301 steine das licht dauert noch ein bisschen soll ich Roni mitnehmen oder ja machst du es selber ähm ja ne ne ich nehme dann ich nehme das mit und ok das mit der Leiter ist äh muss ich dann irgendwie anders machen ich bin mir vorbeifliegen oder sowas ist schwierig ja ok ihr habt auf jeden Fall gesehen was wir vorhaben und es funktioniert auch irgendwie so ein bisschen ähm ich glaube es ist gar nicht wirklich dunkel geworden oder ne es waren nur die Bäume alles noch hell ok ähm ja dann ähm drehe ich jetzt rum und kommen wieder nach hause das müssen wir noch ein bisschen optimieren aber im Prinzip haben wir schon das was wir wollen jo also dann ähm ich hoffe es hat euch gefallen vielleicht habt ihr noch einen tipp was man mit so einer plattform noch alles herstellen kann ähm uns ist jetzt im Prinzip erstmal nichts besseres eingefallen haha dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge oder genau bis dann ciao 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 ciao